Hallo Leute und willkommen zur dritten Folge von Hier bitte Namen einfügen, die steht dann im Titel Tizi muss mich nach wie vor noch killen und Julian jetzt auch wieder, da er es letzte Runde nicht hinbekommen hat Er war letzte Runde nah dran, nur Ich hatte ne Medic Ja nicht Richtig Daher hat es nicht gezählt Wie gesagt, wir machen die Regeln nicht, obwohl, doch Oh, jetzt kommt der Neck, ich war am Nachladen Hallo Ich hatte nur ne Pistole, ich hatte die auch mit dem Sniper umpusten können Ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viel es insgesamt steht zu diesem Zeitpunkt Oh, hab einen Also, wie oft wir ihn getötet haben und wie oft er uns Naja Glaubst du wirklich, das zählt bei der dritten Folge noch jemand extra nach für die ersten beiden? Warum nicht? Ich guck sonst mal, vielleicht guck ich beim Rendern mal durch Aber mal gucken Von wo? Ach von da Lass mich bitte in Ruhe Ich hoffe es sich hier an mein Haus zu legen Ich will zu teilen Der ist da drüben irgendwo in dem Haus scheinbar Ab ihn Weißt du wer es war? Der Ja Also eben stand er schon vor mir Klang erst wie Schritte von unten Dach Er hat mich Hinten an der Mauer beim roten Haus rechts von uns Da wo der Weg von der Baustelle runterführt Läuft jetzt hinter die Runter Nichts sehen, nichts Aber ich höre ihn schießen Hey, ich bin tot Oh Er hat eure Russe gekillt Unser Russe? Hier der CCCP Bei euch im Team Achso, ja TCCP Naja, TCCP Für die Sowjetunion Naja, TCCP Ich weiß grad echt nicht welche Klasse ich nehmen soll Hier würde sich ja eigentlich Nehmen wir mal was mit ein bisschen mehr Bums, wa? Na komm ich jetzt wieder rein? Ja Noviok hat mein Knife gespürt Autsch Hatten wir da nicht in der letzten Folge Irgendwas von wegen Eingrapschen und so? Ja Aber der hier hat gar nicht so unfreundlich reagiert Ah Das ist schön Ich brauch ne andere Posi, aber ich weiß grad nicht wo ich hier hin soll Oh scheiße Ist alles irgendwie so offen hier Ich wurde gesprengt von Noviok Egal, ich hab ihn geneift, der darf mich töten Musst aufpassen, das letzte Mal als ich bin geneift Tank War unfreundlich zu dir, ich weiß Ne, schlimmer Oh, oh Danke War grad am Mörser platzieren Das war ich nicht Das war ich nicht Oh Ich wollte Ich war es aber nicht Ich geh mal auf meine Sniperposi hier ne Weiß ja welche 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 Ich hab ihn grad kurz gesehen Hab ihn grad kurz gesehen Der ist in nem kleinen äh roten An dem Blau-weißen Ich geh mal weiter hoch Kümmer du dich drum Ne, dann mag das halt unser Team-Mate Hat er? Ja ich glaub ja TZ Au Hättest du das mit deiner Sniperposi nicht gesagt, hätt ich's nicht gewusst Applaus Hat er dich schon Ja hat's Ne Ja hab ich Ja eben einmal, aber jetzt nicht Na aufm Dach, wo du aufm Dach standest Ja in dieser Runde, aber Ja dann hat er's Er läuft grade TZ Er läuft nicht mehr weg GZ Du hast es geschafft, du kannst zu uns rüberkommen Ach Gott Du kannst ja nur wissen wie Beitreten Ich bin bei euch Oh mein Gott Was sagt jetzt brauchen wir wieder neue Frischlinge? Das ist blöd Komm mal bitte als Madding und vergib uns den Medi Ja, wo wo Ah, dich ja, jetzt würd ich grad wieder Defibrillator auspacken Wer? Das sind wir übrigens nicht Ah ok, das haben wir uns in CP Das ist aber Der wollte, der wollte auch was Das Ne, ich komme Das wollen wir gar nicht wissen Ich Meinte jetzt hier Ich Bin jetzt jeden Moment bei euch Warum klingt das nicht besser? Ja jetzt hat das ja irgendwie seinen Sinn hier grade verloren Vor allem haben wir überhaupt noch Gegner ja Drei Stück auf der Map, nur uns drei Aber erst machen wir die Runde noch zu Ende, ne? Du hast mir wirklich mal Medi gegeben und mir nicht den Defi an Kopf gehalten Ne, das war bei Knick, dem hab ich den Defi an Kopf gehalten Mir wolltest du ihn an Kopf halten, da hab ich dich genauso Ja, du hast, du hast, genau Das weiß ich nur Brauchst Money? Ne Gut Kannst du mir mal einen Vierfachzoom bringen? Gebums Ja, warte, bringe ich dir Ja, warte, bringe ich dir Wett Ich lege mal selbst den Medi hin Moment Wir bitte hast ihn Ey, du bist bescheuert Ich hab dich nicht erschossen, jetzt muss ich mich auf der Medi-Kit setzen So, jetzt haben wir mal Ab nach unten, ich will nicht die ganze Folge verkehren, zumindest nicht mit einer M416 ohne Scope Leide dich mal ein bisschen Jo Okay, hier kann man auf jeden Fall eine Stimme zurück, also wird er in der Nähe wer sein Ja Du bist hier da allerdings Kai Und Ich hatte Recht, hier ist Kai noch So Julian, siehst du irgendwo Gegner? Haben wir noch Gegner? Ja, wenn ich Tab drücke Hier liegt Medi Ja bei Nice Guter Thesei, ich krieg trotzdem keinen Keks Möchtest du ein Cookie? Nein Bitte Nein Möchtest du ein Eis? Nein Möchtest du ein Eis? Nein Möchtest du ein Eis? Baustellen Wo? Unten Mehrzahl Wichtig In den Held Oh Oh Da Worn Mann Ich fuhr ja ihm's grad mal ein Sekunden Schon weg, ne? Aber der Noviok ist tot Der hat im Sprung die zweite 40 Millimeter geschluckt Was ein Großmaul Oh ja Ach, die finden uns schon. Herr Tisi, kannst du dich bei uns aufs Dach stellen? Hallo, hallo. Irgendjemand schießt auf mich. Ich hab Angst. Das ist der Sinn dahinter, dass du dich bei uns aufs Dach stellst. Hey, jetzt kommen neue Leute drauf. Vielleicht sieht man immer wieder wen. Tisi? Die Leiter bitte einmal hoch. Und da oben Ausschau halten, okay? Du bist unser Spotter. Das war fies, Patrick. Einfach obendrauf bleiben. Er ist auf dem Berg. Welchen Berg meint er? Die Kinder von uns ist da bedauern. Wo man kurz runterkommt. Oh, ich kann mich runterkommt. Warum willst du runterkommen? Leben und so. Quatsch, braucht man nicht. Du kannst ja da oben auch ein Medikin packen. Ab nach oben. Sobald's was siehst, sag uns Bescheid. Ich sehe an. Lauf zum roten Ausdruck. Baustelle, Baustelle. Einzelne? Oben? Einzelne. Einer. Rundergesprung. Ich höre einen Tank. Achso. Tisi, du guckst dabei zu den Doppelbaustellen hin. Ja, ja. Down. Achso, gibt wohl noch einer. Ja, da oben. Ja, äh. Du. Du, ich werde beschossen. Du, du hast mir gefallen. Drück mir mal in zwei Kugeln. Warte, ich lege dir vorher noch. Ach nee, Muni liegt hier. Drück mir zwei Kugeln. Ich brauche einen Vierfachscope. Danke. Wieder runter. Oh wehe, du holst mich wieder, Tisi. Ich weiß nicht, von wo ich beschossen werde. Nein, komm hier runter. Sniper. Ja, ich bin unten. Bin in fünf Sekunden wieder da. Geh mal die Standardposition ab und guck mal, ob ich da irgendwo was sehe. No, ich kann auch mitgucken. Jetzt sehe ich immerhin auch was. Brauche erste Hilfe hier drüben. Geh davon aus, dass ihr irgendwo hier in den Gebäuden drin sitzt. Ja, wahrscheinlich. Ist nur die Frage, in welchem. Ich kann mal an ein paar Türen klopfen, wenn dir das beliebt. Tisi, Kopf runter. Keine Ahnung, wo der ist. Vor allem, wir werden ja nicht beschossen. Ich geh nochmal hoch. Ich geh nochmal hoch. Okay. Vielleicht sehe ich ihn dann. Alter, was ist denn hier heute mit dem... Der Sniper ist an der Baustelle, an der Baustelle. An der Baustelle. Rechte Baustelle, rechte Baustelle. Tisi, komm runter und hol die Mide. Nein, nicht wiederholen. Ich geh wiederholen. Okay, nicht wiederholen. Ich bin tot. Vatric, rechte Baustelle. Zweite Ebene. Ich stand hinter dir. Ja, dann Goal. Ja. Zehn Sekunden. Die Runde läuft aber nicht besonders gut für mich, muss ich mal so sagen. Ich bin tot. Garate. He? Ich hab' die Klicken von einer Granate gehört. Ach was... Ja. Ich sag' nichts. Sorry. Warum steht unser Team-Mate hinter dem Tank? Hallo, ich habe einen mit einer Granate ausgeschaltet, einen blauen Haus gegenüber von uns. Gegenüber von uns? Da war einer drinnen, den habe ich mit Granate ausgeschaltet. Das blaue meinst du? Ja. Einfach die Farbe sagen, nicht gegenüber von uns, weil je nachdem wie wir stehen kann gegenüber von uns alles heißen. Julian? Passt'n gut. Richtung Baustelle hat er gesniped. Welche Baustelle? Doppel. Nix. Ich weiß aber nicht wo der hockt, also ich habe den Schuss da nur einschlagen gesehen. Ah. Der sitzt auf deiner Seite, der sitzt auf der anderen Seite. Medic! Ja ich komme. Danke. Ich sehe ihn. Wo hockt der? Oben auf dem Berg. Medi! Ja? Hol ihn wieder. Hol ihn wieder. Hol ihn wieder. Hol ihn wieder. Wow. Geht er weg. Geht er weg. Geht er weg. Einer muss ihn locken. Ich muss den nächsten Schuss abwarten. Tizi? Ja ich mache. Scheiße er hat mich. Wiederholen. Wiederholen. Ich hätte sonst eben deinen Kit. Okay. Ja mich hat er auch angeht, aber ist nicht schlimm. Das ist ja mein Medi. Wow war das knapp. Alter ich komme mir hier gerade ein bisschen vor wie ein Armer. Unser Teammate standen die ganze Zeit mit dem Tank und jetzt er hat das Ding nicht hoch. Oh lol. Von links von links. Mich hat die RSV 98 trotzdem von links. Patrick bleibt auf jeden Fall in Deckung. Granate. Ah sorry. Hab dich aber noch. Nice. Ja hab den Typen unten mal weggepustet. Nice. Ja ich hab den nicht gesehen. Deswegen ich dachte nur bringt mir wenn ich dich mal eben schnell wieder hinsele. Gegenüber. Autsch. Medic. Ja bin schon auf dem Weg. Medic. Ich bin doch schon auf dem Weg. FedEx. Ach ne. Baustellen ist einer. Nein der ist gegenüber von euch. Im roten Haus immer noch. Ich glaub wir brauchen eine neue Position. Das ist sowieso. Das war so teuer. Hab ihn. Ich glaub der Sniper da oben ist immer noch nicht weg. Ne du hast kaum noch Life. Ich weiß. Äh der Tank der geht noch auf den Sack. Ja lass uns hier weg. Ja ich geh schon mal in ein anderes Haus irgendwo. Ich bin hinter dir. So sind auch Positionen. Ja komm doch mal zu mir. Hier hinten ist nix los. Okay jetzt geht's. Kann drüber kommen. Panzerwerk. Julian stirbt bitte nicht. Der hat nicht. Ach dringend Medi. Ja ich komme. Scheiße. Typ 880 LMG. Ja gegenüber von uns. Rotes Haus. Ich weiß. Baustelle. Zwei Leute Baustelle. Zwei Leute Baustelle. Zwei Leute Baustelle. Hey Leute. Ich kann hier grad nichts machen. Wenn ich mich einen Millimeter bewege, sehen die mich. Okay beide weg. Nice. Ah scheiße. Ich bin schnappig. Rot 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 rot. Hier sieht's woher raus. Links. Ich seh's jetzt gegenüber. Ich seh's jetzt gegenüber. Wahnsinn. Scheiße. Ihr seid zu langsam umgekippt. Ich hab ihn hier erwischen können. Wiederhol das nochmal. Wenn ihr schon sterbt, dann sterbt richtig. Ach. Danke. Hallo. Sterben ist ne Kunst. Ja. Ich kann doch nicht durch eure beiden Köpfe durchschießen, um den Typen zu treffen. Das seh ich doch nicht. Aber du kannst es ja versuchen. So auch gut klicken. Das ist nicht meine Art. Boom. Da ist nur einer hinter. Ich seh den aber gerade mal hinten. Ist das nicht das Haus aus dem wir vorhin ausgezogen sind? Jaja. Egal. Das will uns wieder haben. Okay der ist aber tot. Obwohl. Ach das ist ja. Ach ja. Ist ja die M416. Oh. Ach Tisi ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ist das ein gutes Leben? Ja. Das ist schön. Weder gesehen noch getraut. Nein. Geh mal weg. Zünd einfach. Boom. Hab den Aussteiger. Da war aber noch einer. Da war noch einer. Da war noch einer. Ich bin tot. Oh man. Ich glaub hier in unserem Haus sitzt einer. Ich glaub hier in unserem Haus sitzt einer. Unser Haus? Ich glaub hier in unserem Haus sitzt einer. Ja. Ja. Dein Haus. Warst. Gewesen. Entschuldigung. So jetzt aber. Ich wollte grad schon sagen Tisi du schießt auf mich. Gegenüber von dir. Ich hab beide umgebracht. Gegenüber von dir war aber noch einer oben. Der wurde aber gerade ähm. Ähm. Entfernt. Ja. Ja. Das ist das Wort nach dem ich gesucht habe. Moni? Hab keine Moni. Ob du welche brauchst? Grad nicht. Ich brauch Deckung. Ich brauch Deckung. Tisi. Ey das bin ich. Hier oben unten. Hier oben unten. Hier oben unten. Okay das war ein geiler Lasten Kill. Das war echt ein geiler Lasten Kill. Ja. Schluss für heute? Ja ich würd sagen. Wir gucken nochmal die Scores an. Jo. Also meins wird scheiße aussehen. Äh. Schade. Nicht das dritte Mal Ace. 10 10. Gut. Damit verabschieden wir uns. 15 11. Damit verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal. Haut auf aus. Bis dann. Bis dann.